ich mach gleich weiter um gottes willen für wen für made in germany ja das ist doch alle quatsch qualität hat nur seinen preis war ja was qualität muss man auch sehen irgendwo ich schaue jetzt hier ist der dennis ist wieder da jetzt muss man oder zurück auf die pirsch mit dem hirsch der dennis hat mir ein präsent mitgebracht habe ich jetzt schon gezeigt zeigt euch mal der dennis hat mir ein präsent mitgebracht hier natürlich frühstück zum auskochen genau so wie sind die zahnbelag nur noch minderwertige qualität von der seite noch ein paar schrauben rennen wollen das war das geld herkules damit kannst du in zukunft sein geld verdienen falls das mal nicht so läuft mit den brüdern ach nee das kannst du auf den tennisverein du musst ja nebenbei noch was verdienen kannst du ja welcher verein ist das das ist das olympische an bei hertha das klingt doch gar nicht hertha ist das kein tennisverein du willst mich doch auf ich gucke hier fußball danke so wo man nicht fußballfreikarten fährt da wc wer will dat denn sehen naja ist ja unglaublich gut ja komm ist dennis da jetzt schon wieder was zu essen du kommst doch eh nie in den himmel du kommst doch eh nie in den himmel du bist schon immer durch die hölle gegangen also passt das schon ja Allah hat auch Hunger danke mal ich na gut ich hab's wenigstens vorbereitet jetzt gepäckte erst dran und auch da wie gewünscht licht ist wieder dran kabelbinder müssen wir ran und hinterher hat das drinnen zahnkranz ist drauf und jetzt kurz melonen essen und dann das nächste hat wir haben alle lange tausend 51 ich muss ja also meine glatze da besser ist das nicht was ja professionell naja geht so was die hätte mal was werden können dennis tja so ist leider nicht das meh geworden das brett wird immer kleiner war ja der designer stück funktioniert aber ja jetzt holland holland irgendwas kolonialrad ich krieg die krise mein lieber darf ich mal bitte dein wc benutzen ja das hast du ihm schon gesagt ja ja wisst ja doch ja lange spülen lange spülen also nicht rindkacken kriegt man schwer weg wc jetzt kurz nach oben vor den neuen mantel auf weil der alte ist hier gerissen und wundervoll gerissen also der alte der alte ist ja nicht alt der ist naheläu ja nicht hier abgefahren aber der ist hier irgendwo da aufgerissen der ist naheläu das neue noppen dran hier alle einfach aufgerissen ist ja billig war ist indisch so ein billig schrott kommt jetzt nicht gut darauf das brauche ich jetzt schon auf und dann bin ich da unten alle mit dabei ich will eine butterstelle wenn mein lieblings essen naja gute brot jetzt ist doch was wenn du eine gute brot hast auf jeden fall dann ist es so denn jetzt macht sich wieder die lüx-version ja wie ihr ne jüdchen dazu ne nicht so wie du nicht in diesem maße das ist ja schwimmware nimm doch einfach was hier steht in der reihenfolge hier da ist noch ein bisschen restdruck der muss noch drin da sehe ich nicht deiner väter käse aus griechenland das kann auch so ja das kann auch so blau 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 ist da blau Thorsten blau ist da mit mit einem Aufkleber oder was mit einem Aufkleber mit einem Aufkleber mit einem Aufkleber dazu was hat der Aufkleber na ein Stickwerk den man sich auf den Rahmen kleben kann was ist das denn das ja das ist das ich hab mir die jelden mir hier oben ich hab das bestellt echt was hier ach Mensch hätte ich noch wissen dann hätte ich auch mehr natürlich nicht wieso ich hab ja keiner mehr bei dem die waren alle ah war da noch irgendwie 20 Stück stand ein Fahrzeugbau oder was hä war da 20 weg oder so war es weg ne auch nicht das war aber eben kleiner als eigentlich die zwei Fahrt drin hatten das war so und jetzt ist Bau damit du was Bau Bau hey äh ich bache einen neuen Schlauch es gibt so viele verschiedene Schläuche ja es ist unglaublich ich weiß hast du einen Euro ich vergesse immer was ich äh brauche ich auch ich vergesse immer was ich machen wollte ist viel schlimmer so das 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 und kämpfe etwa ja dann tschüss tschau tschau Und Qu Jared Bau ist da Bau 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 Kornbau Black und eine achse ohne achse presto prego pronto prego presto pronto prego es ist so ekelhaft kaum zu glauben marken und falls so günstig federgabel race shock technology die gute frau hat schon einen unfall erbt das ist schrott schlossfritte.de wir machen werbung alles ist gut alles alles ist gut ich weiß nicht steuer satz steuer satz steuer satz ja er hat das willen Das geht nicht hin, geht nicht. Dauert und einmal frei, sehen wir wie sie gelandet ist, perfekt, wow, da ist wohl nichts mehr zu löten. Naja, was auch Fett drin, der ist total trocken, was ich jetzt drin gesprüht habe, ist so lange schon in Ewigkeiten nicht mehr drin gewesen. Das Radbär, dem alle drunter fällt, das ist ja unglaublich. So, ich schicke ihn hier. Genau. Das klingt doch fürchterlich. Ja, der ist total verrotzt, der ist furchtbar. Sorry, ich möchte schneiden. Sorry, ich möchte schneiden. Das kannst du doch nicht schneiden. Nein. Komm her, komm her, komm her. Ahhhh, Fein. Ah, hello. Entschuldigung, dieser Mann möchte einen Fahrer vielleicht kaufen und möchte die Preise wissen. Ja, er kauft das nicht. Das ist zu teuer. Komm her, du musst ins Bett, das ist los. Tommy weiß, dass niemand wird die Fahrer hier kaufen. Warum? Die sind zu teuer. Die sind Sammlerstücke, sagt er. Aber, das ist ein Geheimnis. Mein Fahrrad war gestern geklaut. Direkt an meinem Ufer. Naja, ich war so dumm, ich habe vergessen es zu schließen. Aber, weil ich beim Funeral arbeite, mit Essen und Delivery, ich muss ein neues Bike irgendwie für mich erledigen. Also, ich vorschläge, zu Tommy, dass ich kann eine Roku machen und ein Teil von dem Preis, ein sehr großes Teil. Ah, guten Tag. Den Fahrrad haben Sie geklaut? Ja. Dein Fahrrad? Ja. Ja, ja, ja. Ja, der war auch sehr stark. Ich glaube, es ist auch noch besser für mich, noch mal ein neues zu haben. Du bist ja doof, ey. Was? Was sagst du? Oh Mann, ey. Naja, ich arbeite mit Fahrrad. Ja, na klar arbeitest du mit Fahrrad, aber mit was für einem Brandmann? Ja. Mit Kalakarad. Ja, mit Kalakarad. Aber sogar das klauen sie, siehst du? Deswegen ist es wichtig, gute Schlösser zu haben, gute Schlösser. Und immer anschließen. Und nicht getrunken sein und irgendwo hinstellen und nicht anschließen oder falsch anschließen. Immer gut. Genau das ist mir passiert. Ah, wie habe ich das noch daran? Mensch, Jan, ey. Was machst du? Ich bin Jan, der gute Jan. Der gute Jan. Und ich möchte gern heute schneiden. Bianca. Bianca, Bianca. Willi, Wonka, Willi, Wonka. Komm. Ja, ja, ja. Tippel, tapp. Morgen ist Theater. Meine Tochter macht Theater morgen. Ich bin morgen nicht hier von ab 12 Uhr. Wenn ich nicht hier. Morgen keiner hier. Theaterkurs, diesen Ballett macht sie. Und hat noch Chor. Oh, singen auch. Alles muss man zahlen. Ja, aber so ist das. Das macht man nicht alles für die Tschecher. Ja. Atmen. Ja. Miete zahlen. Ja. Jeden Monat. Zack. Zwei Meter. Drei. Keller. Zwei. Wohnungsbüro. Drei Meter. Mensch. Und Garage. Vier. Bumm. Sehr gut. Sehr gut. Vier Kinder ernähren. Das alles zahlst du aufs Fahrradladen. Na ja, und ein bisschen Antiquitäten. Also Fahrradladen alleine geht nicht. Ah. Funktioniert nicht. Ein bisschen muss ich auch noch so verkaufen. hin und her schieben. Zack, zack, zack. Also Antiquitäten verkaufst du. Ja. Wir finden was für dich. Wir finden was. Wir finden was. Nehme Probleme. Nehme Probleme. Also. Du. Ja, ich möchte noch fragen. Was denkst du? Design? Inwiefern? Design. Sehr gut. Das ist schön. Das ist schön geworden. Aber das ist für Frauen? Das ist für Frauen und Männer. Aber für dich. Ist zu klein. Äh. Ist. Nicht von dem Zweck. Weil ich. Ich hab 100 Kilo. 100 Kilo? Ja, hab ich. Da hab ich mehr. Ja, weiss ich. Du hast 115. Ja. Ein Blumenbeet. Ein Blumenbeet. Ein Blumenbeet. Sehr schön. Jetzt kommt die Sonne. Ah jetzt? Also liebe Leute. Äh. Heutzutage ist es ein bisschen kurzer. Äh. Jetzt ist 8.18 Uhr glaube ich. Der Jan. Der Jan. Der Jan ist da. Der Jan ist da. Und der Jan gehört eigentlich ins Bett. Aber ne, er möchte unbedingt schneiden heute. Und deswegen macht er heute Schnitt. Ja. Ja. Und wir machen mit. Und nachher ist Premiere von seinem Film. Der heißt? Der heißt Epic Complex. Und ist aus welchem Jahr? Äh. Dieses Jahr. 2018. Genau. Hast du gedreht 2018? Finished. 2018. Ah. Finito in 2018. Sehr schön. Wunderbar. Okay, dann gucken wir uns nachher mit an. Schau mal. Jetzt machen wir Schluss. Bis morgen. Also dann. Ciao. No problemo. No problemo.